ein wundervoll guten tag ihr lieben und herzlich willkommen zur heutigen reaction ja ihr habt richtig gelesen dr julian horst mr bitcoin zumindest war es damals einfach mal er hat wirklich vielen vielen leuten den weg in die crypto welt geebnet und viele haben damals mit seinen videos angefangen mit dem ganzen thema erstellt wirklich die frage ob bitcoin ein schneeballsystem ist und das kann ich mir natürlich nicht nehmen lassen das will ich mir mit euch gemeinsam anschauen wir werden darauf reaktion und ich kann schon mal so viel verraten es gab schon relativ viel gegenwind also viele viele leute könnt euch mal die kommentare durchlesen sind da eher negativ und fragen sich was mit juda los ist aber den sinn von bitcoin nicht verstanden hätte und ja wirklich wirklich sehr viel negative weiten nenne ich ihn einfach mal ob das ganze gerechtfertigt ist ob julian hier stuss erzählt oder ob das vielleicht in irgendeiner form eine grundlage hat was er da erzählt werden wir uns jetzt mal anschauen ich muss zu seiner verteidigung allerdings gleich mal vorab sagen das ist nicht das erste mal dass er darüber spricht also das ist jetzt nicht irgendwie eine kurzfristige geschichte ich habe mal nachgeschaut er hat nämlich genau vor zwei jahren schon mal ein video gemacht schaut euch das sehr gerne mal an man muss ganz klar sagen julian polarisiert doch sehr stark ja die einen feiern in extrem die anderen überhaupt nicht ich persönlich bin da ziemlich neutral ich habe absolut gar nichts gegen ihn ich muss aber auch sagen dass ich das nicht regelmäßig verfolge aber das hat mir einer von euch treuen zuschauern zukommen lassen und mich gefragt alex aber was hältst du von dieser aussage von julian das bitcoiner schneeballsystem ist siehst du das genauso und um zu wissen ob ich es genauso sehe muss ich mir natürlich mit euch anschauen ich möchte gleich vorab sagen ich werde das ganze erst mal nicht bewerten wir werden uns erst mal das ganze video anschauen danach werde ich am ende mal meinen senf dazugeben und außerdem werde ich das video wie gewohnt so schneiden dass es am ende knackig und würzig ist so dass ihr den größtmöglichen mehrwert habt so jetzt habe ich aber genug geredet lasst uns mal direkt rein starten und das original video von ihm sowie sein kanal dr julian haus kripto investieren unternehmer das findet ihr wie immer hier unten in der video beschreibung und jetzt bin ich mal tierisch gespannt was julian da erzählt ist bitcoin ein schneeballsystem wenn ja warum was heißt das ganze für altcoins sind altcoins schneeballsysteme wenn ja warum diese und viele andere fragen möchte ich im heutigen video beantworten wir gehen vor allem aber natürlich auf die positiven seiten hier ein das ist mir auch ganz wichtig denn manchmal kann man natürlich relativ schnell glauben dass ich hier dann negativ bin dabei ist es ganz anders es geht ja eigentlich um diese ganze mission leute crypto fit zu machen also diese welt der dezentralisierung blockchain crypto werden und co zu verstehen ehrlicherweise ich mache sehr wenige videos letztens zu diesem ganzen crypto fit thema das ist wahrscheinlich schon jahre her ich glaube den großteil dieser crypto fit der reihe ist wahrscheinlich sechs jahre her 2017 vielleicht 2016 vielleicht hast du damals angefangen meinen kanal ein bisschen zu folgen und in letzter zeit ging es viel über updates news und so weiter und ich glaube dass ein bisschen zeit wird ein bisschen wieder die grundlagen reinzubringen ja ich muss sagen julian hat wirklich die gesamte industrie doch ein stück weit geprägt er war einer der ersten damals wie gesagt man kann halten von ihm was man will und seine entwicklung kann man sicherlich in einigen punkten kritisch sehen aber man muss ganz klar sagen er hat damals schon ordentlich dafür gesorgt dass crypto in deutschland einfach etablierter wird hat er auch auf verschiedenen konferenzen und auf verschiedenen veranstaltungen als speaker fungiert und ich muss sagen also insgesamt dürfen wir glaube ich schon dankbar sein dass julian sich damals sehr stark für das thema eingesetzt hat allerdings muss man fairerweise auch sagen hat es sich für ihn auch monetär sehr ausgezahlt er hatte nicht nur durch sein 10x token damals sondern auch danach durch seine riesigen bestände die er über die jahre angehäuft hat glaube ich ganz gut davon leben können aber darum sollte natürlich nicht gehen genug der warmen worte let's go und viele viele der gute leute sind eher so nach 2018 dazugekommen ende 2017 q4 2017 und danach dann nochmal ein schub durch 2021 und das große problem ist dass da viele viele der grundlagen einfach falsch sind und das leider ganz 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 viele der erklärungen da draußen einfach komplett falsch sind und deswegen habe ich mir gedacht okay lass mich wieder ein paar so sachen rausgreifen die vielleicht missverstanden werden und die auch gelöst werden können oder auf die man einen fokus ein bisschen richten sollte und natürlich zum thema wie ist bitcoin ein schneeball system ist natürlich ein sehr 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 emotionales thema für ganz viele leute und deshalb habe ich mir gedacht gehen wir auf dieses thema ja da bin ich mir wirklich sehr sehr gespannt was er da genau mit meint denn so aus dem bauch heraus wüsste ich jetzt nicht auf welche grundlage er sich da stützen will aber sehr spannend wir werden gleich schlauer sein auch ein bisschen ein ich habe da auch ein blog post dazu geschrieben ich habe den jetzt auf englisch offen der ist kommt auf deutsch auch raus wird auch unten nochmal rein verlinkt wenn ich diese frage also ganz ehrlich als CEO von cake selbst kriege ich diese frage glaube ich auf so viel network events das ist echt krass wenn dann teilweise erfolgreiche leute teilweise weniger erfolgreiche leute berühmte leute nicht berühmte leute kommen immer her wollen immer gleich wissen ich weiß ja du investierst in bitcoin und ich habe gelesen das ist ein schneeball system ist es das denn und die meisten leute je nachdem also kannst du auch gerne mal das video pausieren sonst die sagen immer nein das ist natürlich nicht und wenn dann aber die frage kommt okay erklär mal warum warum ist es kein schneeball system dann sind die wenigsten leute die es wirklich relativ schnell beantworten können gibt es auch recht wenig literatur dazu es gibt natürlich ganz viele leute die im internet das dann auf sehr schwindelige art und weise ein bisschen erklären eine der besseren erklärungen ist von den aldern allerdings geht die halt sehr auf ja das ist wirklich ein interessantes thema also jetzt unabhängig von diesem thema merke ich sehr oft dass sehr viele leute immer direkt von gewissen meinungen überzeugt sind und anderen leuten sagen du bist nicht ganz dicht wenn du dies oder das glaubst wenn man sie dann aber mal fragt wie kommst du darauf ja oder erklär mir doch mal deinen standpunkt dann ist es häufig sehr dünn bei einigen das ist mir schon häufiger aufgefallen in der kriptoindustrie nicht dass das bedeutet dass kritik nicht irgendwie auch berechtigt sein kann aber manchmal kritik geäußert wird ohne sie eigentlich begründen zu können okay ich habe ein stück vorgespult also wenn er jetzt quasi in die super bitcoin fans fragt ja okay wenn wir kann kein schneeball system ist dann sagt mir doch mal warum und das sind jetzt wohl die typischen antworten die er bekommen hat wir sind leider ist es in der ganzen in allen themen mittlerweile so hast du halt eine riesengroße masse an leute die entweder überhaupt nicht intelligent sind die natürlich da voll mittendrin schon dabei sind leute die das über also nicht einfach das besser wissen oder die haben einfach keine bessere antwort oder du hast natürlich leute die das eigentlich genau wissen wissen dass das ein wirkliches problem ist und die einfachste art und weise mit so einer frage umzugehen wie ist bitcoin schneeball system ist eben dann irgendwie auf dieser argumentationspyramide irgendwie ganz unten zu sein also so hat hominem attacken irgendwie schimpfwörter irgendwie das ganze ins lächerliche ziehen und so weiter da kommen halt meistens so antworten daher und das ist echt total typisch und würde mich auch nicht überraschen wenn ich solche kommentare unter diesem video bekommen oder ja da ist schon ein bisschen vorahnung gehabt dann sagen die schau dir diesen vollidioten an der es versteht ja bitcoin überhaupt nicht und ich kann dir garantieren dass ich bitcoin wahrscheinlich besser verstehe als 99,999 prozent der leute und genau über solche sachen auch diskutieren kann und die auch besprechen kann das ist genau das gleiche als wie ein guter schachspieler die position in der es einfach richtig gut analysiert mit stärken und schwächen und sich nicht anlügt und sagt ja na es passt schon alles ich war schon nicht schachmatt gesetzt und das ist genau das gleiche hier oder die Leute sagen ah hör nicht drauf das ist der ist nur ein banker oder der ist schon ein list oder das ist ein scammer oder ganz egal okay aber wirklich mehr als 99,9 prozent der leute wissen das weiß ich jetzt nicht genau aber auf jeden fall gebe ich ihm schon recht dass er sehr viel ahnung hat aber julian ist wie er ist wie gesagt er polarisiert sehr stark er ist ob nun berechtigt oder nicht doch ziemlich überzeugt von sich wir sind mal gespannt was für argumente er gleich liefert egal was du einfüllst anstatt wirklich auf das argument hier einzugehen und das ist das was wir da machen gehen die halt immer auf welche sachen ein gibt auch dass die leute noch irgendein argument raus dann schmeißen wie zum beispiel nein bitcoin ist kein schneeball system ist das beste geld das hier erfunden wurde oder das härteste geld irgendwie so ein argument das aus der luft gegriffen ist gibt eigentlich null argumentationen dafür aber wird einfach mal in den raum geschmissen natürlich so ein lieblings argument nein bitcoin ist kein schneeball system aber alle shitcoins also altcoins sind auch sind eigentlich ein schneeball system und die person die das jetzt irgendwie fragt oder erzählt die will einfach nur ihren eigenen shitcoin schillen oder die will nur auf die auf den eigenen fokus hier richten vitalik hatte das thema auch mal zum beispiel ganz 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 vor ich weiß nicht 2018 glaube ich oder 19 war das ein riesen riesen thema mit ethereum also das sind also sachen die es halt dann relativ schnell kommt aber es ist dann sehr interessant also der aufbau gefällt mir schon mal sehr gut wird heute sicherlich ein längeres video freunde aber lehnt euch zurück genießt die show denn wir gucken ja nicht so oft wie das von julian und ich muss sagen wenn er videos macht dann macht das ja eigentlich schon ziemlich durchdacht und ich finde das auch ziemlich cool dass jetzt gerade erst mal schon mal gleich vorab die vorgenommene einwandbehandlung hier durchführt ja schon mal direkt die einwände hier quasi öffentlich zeigt um wahrscheinlich auch schon mal so ein bisschen wind aus den segeln zu nehmen aber durchaus berechtigt denn das lese ich auch sehr oft du mit deinem scheiß xrp shitcoin alles sinnlos wird sterben wildgön ist der einzig wahre mag zu sein vielleicht habt ihr recht aber meiner bescheidenen meinung nach wird es am ende nicht darum gehen wer der erste war oder wer aktuell die größte community hat oder das größte market cap am ende wird wie so oft im leben derjenige der die besseren lösungen bringt und die größere adoption findet in der realwelt der wird erfolgreicher das sehen wir bei diversen autoherstellern telefonherstellern elektroherstellern alle wurden sie früher oder später mal von jemand anderem abgelöst und zum zeitpunkt ihres hochs hat niemand damit rechnen können ich bringe immer mal wieder dieses blöde beispiel mit nokia als wir jung waren war nokia das nonplus ultra nichts ging an diesen handys vorbei und heute kennt kein mensch mehr nokia handys heute ist nokia eine randerscheinung machen glaube ich wieder ihre gummistiefel da kommen sie glaube ich ursprünglich mal her und sie machen irgendwie wieder was mit telefon masten oder keine ahnung also heute kennt kaum noch jemand das ganze nun möchte ich nicht sagen dass alles im leben immer so laufen muss über nokia aber es gibt ja nicht nur nokia auch die ganzen anderen handyhersteller die damals rang und namen hatten sind heute teilweise spurlos verschwunden und das nicht weil sie damals nicht großes market cap gehabt hätten sondern weil irgendwann die adaption anderer lösungen gefragter war und am ende entscheidet ein markt und nicht das produkt alleine und so wie bitcoin vor einigen jahrzehnten nicht mehr existent war und es eben andere dinge gab so kann es natürlich sein dass auch in den nächsten jahrzehnten lösungen kommen mit ihnen heute gar keiner rechnet und so sehe ich das ganze einfach ich persönlich verstehe den mehrwert von bitcoin absolut aber ich verstehe eben auch den mehrwert von altcoins und das ist der grund warum ich eben doch mein fokus sehr stark darauf gelegt habe aber sorry für den ausschweif dann kommen natürlich sachen wie wie kann das ein schneeballsystem sein wenn es schon seit 15 jahren gibt das wäre schon lange verklagt worden das wäre schon lange implodiert werden wir auch darauf eingehen wenn bitcoin ein schneeballsystem ist dann müsste gold auch eines sein werden wir uns auch noch ein bisschen anschauen und dann die frage ja aber das ist doch eh scheißegal weil fiat ist auch ein schneeballsystem gut das stimmt aber das heißt ja nicht dass dann bitcoin nicht auch ein schneeballsystem ist aber auf das werden wir ein bisschen eingehen gut bevor wir sozusagen auf das eingehen und uns dann überlegen hat gibt es denn so schneeballartige tendenzen was müsste denn passieren dass es das geändert ist also dass man das verbessert und da muss man zuerst mal natürlich verstehen was ist ein schneeballsystem okay jetzt geht es darum was ein schneeballsystem ist und der wetter wahrscheinlich auch darüber sprechen inwieweit er auf die verrückte idee kommt dass bitcoin ein schneeballsystem sei ich verstehen was ist ein schneeballsystem das ist jetzt von chat gpd die definitionen kannst du in chat gpd angeben dann haut er dir auch wahrscheinlich so eine definition raus also ich wollte ich weiß was ein schneeballsystem ist aber ich wollte es einfach die schöne definition hier haben wie das halt schön definiert ist und das ist sozusagen die chat gpd antwort der ganze rest habe ich selber geschrieben aber das ist so die chat gpd antwort also ein schneeballsystem genannt genannt nach charles ponzi ist ein ein system wo investitionsgelder nicht dafür verwendet werden um zum beispiel ein gut zu kaufen und daraus gewinne zu erzielen oder um zum beispiel ein business zu verbessern sondern das sind werden die gelder dafür verwendet um andere leute damit auszubezahlen und das problem dahinter ist dass natürlich wenn da inhärent sozusagen nichts passiert sobald keine neuen gelder reinkommen implodiert das ganze system halt dann sozusagen und die kennzeichen dafür sind dass eigentlich der fokus voll auf dem preis liegt von etwas und ohne preis existiert praktisch nichts mehr und das ist also typisch bei so einem schneeballsystem oder also wenn du bei so einem schneeballsystem hast wird eingezahlt 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 und die leute sehen einfach nur den preis haben irgendwie die klasse gewinne und so weiter und der fokus ist voll auf den preis und wenn der preis weg ist dann irgendwie kann man nichts mehr machen also wenn du gekauft hast ist einfach komplett nicht mehr da ohne preis existiert nichts und das ist immer so ein schönes gedanken beispiel ist auch warren buffett immer hat stell dir einfach vor dass du etwas kaufst und danach gibt es den markt nicht mehr für zehn jahre also wenn du zum beispiel öl kaufst und du kaufst das öl und danach gibt es den markt für öl zehn jahre lang nicht mehr bist du okay damit wenn du eine aktie kaufst dann gibt es zum beispiel die aktien den aktien markt nach zehn jahren ist und ich verstehe das ich merkte oft dass das so ein bisschen ein ein verständnis eine verständnislücke oft für viele leute ist was denn da wirklich ist also die die meisten leute glauben dass die aktie wirklich nur einen wert hat weil sie einen preis hat aber das stimmt überhaupt nicht also eine aktie ist sozusagen eigentlich das recht auf die darunterliegenden vermögenswerte und auf den zukünftigen cashflow den diese firma produziert man könnte glaube ich auch stark vereinfacht sagen einfach eine aktie ist ein firmanteil von daher total richtig auch wenn die aktie nicht mehr gehandelt werden kann in den nächsten jahren habt ihr trotzdem noch diesen firmanteil und so weiter die firma weiterhin profite erwirtschaftet oder weiter expandiert neue autos kauft neue maschinen kauft neue dienstleistungen in ihr sortiment aufnehmen die ihnen neue geschäftsfelder öffnen ist es natürlich so dass ihr trotzdem ihr sie nirgends handeln könnt ein wachstum seht und die firma wird an sich auch immer wertvoller weil sie immer mehr geld verwaltet und immer mehr gegenstände verwaltet und dementsprechend ist euer anteil natürlich auch höher also absolut richtig auch wenn ich keinen aktienmarkt habe weiß ich also ich könnte jetzt sozusagen einen preis dafür ausdenken aber das ist total egal aber wenn du jetzt zu mir sagst ich habe hier jetzt irgendwie ein stück stein oder ich nehme hier meine aktie und für beides habe ich keinen keinen markt dann ist ganz klar dass diese aktie wertvoller ist warum weil ich zugriff auf die darunterliegenden vermögenswerte und auf die zukünftigen cashflows habe und ich habe keinen preis oder das ist natürlich umso erfolgreich die firma ist also zum beispiel eine apple aktie stell dir vor die apple aktie würde nicht mehr handeln das ist auch kein problem weil ich habe dann zugriff auf die darunterliegenden vermögenswerte ja das sehen wir zum beispiel auch gerade bei der twitter aktie seitdem elen das ding übernommen hat kann man die twitter aktie ja nicht mehr handeln ihr seht trotzdem wenn ihr jetzt eingibt twitter aktien einen gewissen preis ja das heißt also obwohl sie nicht mehr handelbar ist sehen leute immer noch einen gewissen preis darin und das liegt natürlich daran dass sie ein gewisses oder eine gewisse base haben an vermögenswerten an kunden die sie bereits beliefern an umsetzen an gewinnen vielleicht und auch gewinnprognosen und da sieht man es auch nochmal deutlich also eine aktie muss nicht unbedingt gehandelt werden um einen wert zu haben und allein das macht sozusagen den wert aus ich brauche keinen preis der preis ist sozusagen nur eine 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 widerspiegelung von einem offenen markt das genau das gleiche bei anleihen genau das gleiche natürlich auch bei sachen die keinen cashflow produzieren rohstoffe zum beispiel das beispiel mit öl haben wir schon so oft gemacht natürlich wird öl die ganze zeit getradert aber dein auto zum beispiel interessiert überhaupt nicht was der ölpreis ist also was der sprichpreis ist sondern das auto sagt gib mir einen liter und damit kommst du zehn kilometer fertig oder also das ist das einzige was was das auto interessiert und das auto interessiert nicht ob du für den sprit 2 euro bezahlt hast 50 cent bezahlt hast also auch zum beispiel mit mit gold das thema gold wird so oft aufgegriffen wo die leute hergehen und sagen ja aber gold hat gold ist nur wertvoll weil es einen preis hat das stimmt überhaupt nicht gold wird die ganze zeit in der industrie verwendet handys und so weiter plus es gibt das ganze thema schmuck also wenn du zum beispiel in gold keinen wert siehst du kannst mir gerne dein gold geben ich schmelze es gerne ein und keine ahnung ich mache dann oder mir geben ich schmelze es nicht mehr ein ich behalte sogar so wie es ist eine goldkette oder einen goldring oder sonst was also es gibt genug und ich und ich verspreche dir ich verkaufte stück gold nie und ich werde es nie zu geld machen und trotzdem sehe ich deinen massiven wert drinnen also wenn du dein stück gold das wertlos siehst dann können wir das gerne machen also das sind sicher so ein bisschen ohne preis oder also das ist sozusagen der knackpunkt und und das ist halt immer das 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 grundverständnis was halt extrem wichtig hier drinnen ist oder okay ich glaube so langsam verstehe ich worauf er hinaus wird er wird gleich wahrscheinlich über bitcoin reden dass wenn bitcoin keinen preis hätte dass ihr mit eurem bitcoin auf eurem wallet nicht viel anfangen könnt aber da bin ich mal gespannt wie ihr denn über altcoins denkt da müsste es ja ähnlich sein wobei es gibt ein paar möglichkeiten mit staking und so weiter aber ich will mal nicht vorgreifen mal sehen was er erzählt der preis entsteht weil wir sozusagen einen offenen markt haben aber wenn es diesen offenen markt nicht gäbe was machst du dann oder dann verwendest du halt dein öl für was auch immer das öl braucht dann verwendest du das gold für was du halt das gold verwenden kannst die aktien okay die haben keinen handelspreis oder kriegst du die cash flows bei anleihen genau dasselbe und so weiter und so fort es trifft auf jeden vermögenswert zu gut die herausforderung ist natürlich jetzt dass wenn wir das ganze auf bitcoin legen dann tun wir uns hier extrem schwer dieses runterbrechen von was ist denn hier der nutzen ohne preis und da kommen wir halt schon relativ nahe an das was ein schneeball system ausmacht okay freunde jetzt könnt ihr ohren spitzen ich glaube jetzt wird das spannendste part aus dem video kommen ich bin sehr sehr gespannt wie er jetzt die brücke zu bitcoin schlägt weil in einem schneeball system und jetzt kommt halt der wichtige punkt ist das was du oder drin gekauft hat keinen wert außer du kannst es wieder verkaufen das heißt du brauchst wieder jemanden der dir mehr oder das gleiche dafür bezahlt und das ist sozusagen immer genau das grundkonzept es gibt sozusagen also dieses dieser spruch der bei bitcoin oder in krypto generell so ein bisschen total bekannt ist dieses wag me so we all gonna make it also wir schaffen es alle das stimmt per definition bei bitcoin nicht weil wenn also als beispiel als ich zum beispiel meine bitcoins ende 2021 knapp 100 millionen us dollar an bitcoins verkauft habe okay kann man eben kurz in so nebensatz droppen ja als ich so meine btc so ende 2021 so für 100 millionen verkauft habe gab es leute die mir diese bitcoins abgekauft haben für knapp über 60.000 us dollar pro bitcoin ich habe die für ungefähr 4.000 gekauft das heißt als ich die damals für 4.000 gekauft habe habe ich die jemanden abgekauft der hat für mir das geld bekommen und jetzt habe ich sozusagen jemanden gebraucht der mir die viel mehr abkauft gut ich will eins dazu sagen erstens mir ist dieses problem rund um das schneeball system schon ein klar allerdings wirst du noch merken sehe ich hier schon eine positive tendenz dass ich glaube wir gehen immer weiter von diesem schneeball system weg und wir gehen weiter in ein wirklich gutes system okay natürlich harter torbock gerade für alle die sehr stark mit bitcoin halten ist natürlich überhaupt nichts was man hören will aber bisher muss ich zumindest mal so rein sachlich und neutral zugeben das was er bisher gesagt ist ja nicht ganz verkehrt es ist ja schon so dass bitcoin eigentlich schon ziemlich stark als spekulationsobjekt verwendet wird und natürlich immer jemanden braucht der irgendwie bereit ist mehr auszugeben damit ihr im profit seid im prinzip sind ja doch sehr viele leute momentan mit btc minus haben einfach vielleicht deutlich höher eingekauft und sind jetzt momentan ein bisschen in der minus zone die müssen jetzt einfach warten bis irgendwann wieder ein bull markt kommt oder irgendetwas was den preis antreibt damit sie dann eben aus dem minus raus rutschen in der zwischenzeit kann man mit seinem btc gänzlich wenig machen also eine kette könnt ihr euch nicht daraus binden das auto damit betreiben oder die öllampe damit irgendwie befeuern das kann man alles nicht machen also ich verstehe den ansatz hier schon allerdings muss man natürlich sagen bitcoin hat natürlich an sich auch ein netzwerk und einzelne notes und teilnehmer in diesem netzwerk die auch gewissen intrinsischen wert abbilden aber vielleicht wird er ja darüber gleich noch mal sprechen aber ja bin sehr sehr gespannt bis hierhin auf jeden fall zumindest auf der neutralen ebene nachvollziehbar oder aber das ist ein prozess dorthin oder also das will ich nur erklären dass du das auch dass du das auch verstehst oder also auch wenn ich jetzt vielleicht über ein paar sachen kritisch spreche ist nicht dass ich jetzt glaube das ist alles das ende sondern das ist einfach nur dass wir uns im klaren sein müssen was wir machen müssen und ich habe sozusagen diese bitcoins dann gehabt und die habe ich dann geholt 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 und dann ende 2021 habe ich mir gedacht okay ich bin mir nicht sicher ob ich weitere leute finde die mir das für über 60.000 abkaufen also verkaufe ich dir jetzt lieber jemand an für über 60.000 dann bin ich die sozusagen los und ich behalte mir dinge wie zb ethereum oder defi chain wo ich mir eher denken kann dass ich die nutze auch wenn ich keinen preis habe und das ist sozusagen der der wichtigste gedankenpunkt so jetzt natürlich die leute die damals und jetzt kommt der punkt oder das heißt in dem fall habe ich gewonnen und ich hätte natürlich auch verlieren können in dem moment wo ich die bitcoins gekauft habe das sozusagen der große gamble weil ich habe keine alternative ich kann ich kann nichts mit den bitcoins sonst machen oder ohne preis bei ethereum ist das anders bei defi chain ist komplett anders oder also für altcoins trifft es nicht zu weil ich habe bei den smart contract plattform altcoins habe ich den die möglichkeit die token auf den smart contracts zu verwenden ich kann das als kollateral verwenden ich kann das für das voten verwenden ich habe das für die banking ich kann das als gas für die ganze smart contracts verwenden in den in den decentralized exchanges kann ich das verwenden und 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 das fehlt natürlich alles bei bitcoin stimmt auch also natürlich muss man ganz klar sagen sind alle kryptos momentan doch sehr stark eher auf der spekulationsbabel aufgebaut und ihr seht ja dass auch ethereum deutlich an wert verliert und eigentlich alle ist bitcoin nachmachen das heißt es ist schon so dass selbst die anwendbarkeiten auf den chains jetzt nicht wirklich so riesige relevanz hätten aber faktor ist auf jeden fall eins wäre man mit bitcoin eigentlich oder mit deinen bitcoins kannst du eigentlich gar nichts machen außer sie auf deiner wallet verwahren und warten dass sie irgendwann im preis steigen wobei mittlerweile gibt es auch da kleine use cases mit ordinals und so weiter vielleicht wird er darüber auch noch sprechen aber mit ethereum oder auch mit einigen anderen altcoins er sagte gerade alle altcoins das ist glaube ich auch nicht ganz richtig mit allen altcoins kann man auch nichts anfangen mit dem im coins kannst du nicht viel anfangen ja aber du kannst zum beispiel ethereum staken und zumindest dein bestand mehren auch wenn es keinen preis gäbe du hattest sagen wir mal dieses jahr ein äther und du hast in fünf jahren 1,3 äther als beispiel ja das heißt du konntest zumindest dein bestand mehren und hast mehr als vorher insofern hat sie ein bisschen was gebracht und sagen wir mal alle lieben ist ein besonderes spiel zu spielen auf äther da könntest du zumindest dieses spiel spielen und damit eben gewisse gas fees und so bezahlen um zumindest irgendwie ein nutzen abzubilden das kommt bei bitcoin jetzt zwar auch stück für stück immer mehr und auch das thema lightning network wird natürlich enorm viele neue use cases schaffen aber fakt ist eins stand heute ist es definitiv so dass deine bitcoins sich eben nicht mehr weil du kannst bitcoins nicht staken ja du kannst also nicht aus einem bitcoin irgendwie 1,3 machen in einem gewissen zeitraum sondern was man bei bitcoin machen kann ist man kann ihn möglichst günstig kaufen hoffen dass der preis steigt sie dann möglichst teuer verkaufen und denn wenn sie dann die andere richtung geht sein bestand mehren indem man dann wieder günstiger nachlegt ja die strategie eines jeden investos ist natürlich da bei low in cell high und von daher gebe ich ihm bei diesem punkt auch recht aber wir werden mal abwarten was noch kommt das ist halt relativ schwierig in dem zusammenhang bei bitcoin brauche ich immer jemanden der mir das wieder abkauft und dadurch hast du dieses wag me nicht sondern es ist eigentlich ein nag me not all of us are gonna make it oder ein wang me also wir alle nicht schaffen das also ein paar schaffen es aber ein paar eben nicht und das ist das große problem bei öl klar vielleicht findest du niemanden mehr der dir das bei öl für den preis abkauft aber du kannst dann immer noch hergehen das öl selber verwenden das klar manche leute sagen dann ja das wollte ich aber nicht okay aber das ist dann einfach eine schlechte investment entscheidung von dir sondern bist halt ein spekulant das ist ja okay genau das gleiche beim stück gold also wenn du nur das gold kaufst du hoffst dass du teurer verkaufst okay aber es besteht immer die möglichkeit etwas nicht mehr zu verkaufen und das ganze zu nutzen und das ist der große große unterschied bei ponzi schemes bei schneeballsystemen ist dieses problem genauso da dass das nicht existiert ohne preis keine funktion und das ist bei bitcoin so eine riesen riesengroße thematik und zurzeit ist es wirklich so dass bei bitcoin und das siehst du ja zurzeit der großteil der leute im minus sind und es gibt für diese leute keine möglichkeit zurzeit irgendwie die bitcoins zu nutzen außer zu hoffen dass der preis wieder rauf geht und ich verstehe schon das natürlich bei anderen investments auch eine thematik ist oder also ich verstehe es aber bei anderen investments kann man die coins tatsächlich nutzen und kann was draus machen das ist halt bei bitcoin zurzeit noch nicht ganz so einfach möglich werden wir noch ein bisschen drüber sprechen und das wird ein wichtiger punkt sein stimmt auf jeden fall womit ich mich jetzt ein bisschen schwer tun ich glaube das ist auch das womit sich die meisten in der kommentarsektion bei ihm schwer tun ist dass er das ganze mit dieser begrifflichkeit benennt und zwar ponzi scheme oder oder schneeballsystem was ja doch eher mit großem vorsatz zu tun hat ich denke eher das was wir bei bitcoin gerade erleben ist eine gewisse entwicklung die rein von der charakteristik vielleicht in gewissen punkten übereinstimmt mit so etwas aber satoshi nakamoto hat eben niemals mit vorsatz das ganze kreiert um in irgendeiner form sich wie sonst die ponzi scheme betreiber in irgendeiner form zu bereichern ja ganz im gegenteil er wollte das geldsystem ja verbessern er wollte gerne geld schaffen das eben demokratisch läuft das eben nicht mehr durch eine der drittpartei kontrollierbar ist und dass es nun mal in diese richtung gedriftet ist dass bitcoin eben aufgrund seiner technischen schwächen was die transaktionszeit betrifft nicht so wirklich in frage kommt als geld sondern eher als wertspeicher gesehen wird und heute immer noch eher benutzt wird als spekulationsobjekt das ist nun mal eine entwicklung aber ich würde sagen das ist nicht automatisch dann gleich ein schneeballsystem oder ein ponzi scheme weil bei einem schneeballsystem ist es ja so wenn keiner mehr nachrückt dann kollabiert das system relativ schnell in sich wenn bei bitcoin jetzt keiner mehr nachrücken würde sagen wir mal kein mensch interessiert sich mehr dafür würde es sicherlich immer noch notes geben die das ganze betreiben und dann vielleicht sogar noch eher wieder die idee des geldes reinkommen denn bitcoin hat nun mal durch seine dezentralität gewisse stärken die ihn einfach als geld eigentlich auszeichnen in der grundidee nur unsere bequemlichkeit und die tatsache dass es schnellere alternativen gibt sorgt dafür dass wir bitcoin eben nicht als geld nutzen ich denke aber eher würde der preis wegfallen würde die spekulationsgier wegfallen und würde die spekulationsgier wegfallen würde wieder dieser geldgedanke viel mehr ins spiel kommen und schon wäre bitcoin absolut kein schneeballsystem mehr und kein ponzi scheme sondern er würde weiterhin funktionieren und weiterhin einen nutzen bringen für sein netzwerk aber schreibt mir gerne eure gedanken dazu hier unten in die kommentare das ist wirklich etwas das ein ein super essentieller punkt ist wenn ich also von dem dann ein bisschen runter das ganze brech dann kommst du relativ schnell auf die ganzen feedbacks hier rauf und erkennst okay gut abgesehen davon wenn dann beleidigungen da sind die leute sagen also immer wenn ich das halt so erzählen dann ist alles was die leute machen sind beleidigen dann dann hackelt sich total aus aber am ende müssen wir relativ schnell erkennen dass vom nutzen her die altcoins einfach so viel stärker sind und wenn bitcoin da nicht nachzieht einige also er arbeitet hier sehr viel mit einem kollektiv alle altcoins stehen definitiv nicht besser da es gibt sicherlich einige auf die ich mich vor allem auch konzentriere die wirklich einen geilen use case haben ein geiles konstrukt aufgebaut haben das wirklich viel nutzen bringt für seine teilnehmer aber sind wir ehrlich sehr sehr viele altcoins haben gar keinen nutzen maximal für ihr eigenes unsinniges ökosystem das nur eine fassade ist in wahl geht es da auch einfach nur den spekulationsgedanken dahinter und von daher tue ich mich schwer das zu unterstreichen dass alle altcoins jetzt irgendwann davon nutzen hätten aber es gibt durchaus einige insbesondere und da gebe ich ihm 100% recht die smart contract plattform die natürlich wenn sie genutzt werden eben riesige vorteile bringen weil man eben sich die drittpartei spart um das vertragswesen zu gestalten das hat natürlich enorme vorteile und kann eben auch unabhängig von einem preis unglaublich viele vorteile für eine gesellschaft mit sich bringen wenn man das thema vertrauen ad acta legt und über smart contracts gewisse sachen regelt aber das können definitiv nicht alle altcoins und somit stimme ich nicht ganz dieser aussage zu davon bin ich total überzeugt wenn bitcoin da nicht nachzieht dann wird ethereum bitcoin relativ schnell flippen und dann werden relativ schnell die anderen altcoins folgen weil dann ist so dieser damm gebrochen und ich glaube immer noch dass bitcoin halt einfach diesen starken diese starke vorreiterrolle zurzeit hat und dann geht es dann relativ schnell meiner ansicht nach die leute halt sagen siehst du bitcoin war das myspace und ethereum war das facebook und dann wird es glaube ich relativ schnell gehen und da würde ich halt einfach wirklich zur vorsicht ein bisschen rufen bin ich bei dass nun wirklich am ende ethereum wird oder cardano oder solana oder was auch immer das wird sich natürlich zeigen das entscheidet wie gesagt oder vorhin schon gesagt der markt ja das entscheiden nicht wir und das entscheidet nicht das produkt alleine sondern der markt aber ich gehe auch fest davon aus dass sobald wir diesen utility run erleben also wo es denn wirklich darum geht welches unternehmen hat riesige vorteile meinetwegen kosteneinsparnis bessere lösung im thema vertrauen und all diese geschichten dass erst mal die grundlage wird in kryptos zu investieren nicht hoffentlich steigt mein korn um das 40 fache sondern ich nutze diesen korn um ab morgen direkt einen gewissen vorteil zu spüren ich glaube wenn das kommt dann werden wir definitiv ein flippening sehen bei coin market cap oder sonstigen ranglisten denn dann werden die gelder nicht nur auf spekulationsebene irgendwo reinfließen sondern da wird es vor allem darum gehen wer hat die größte nachfrage weil er eine geile lösung bietet und aufgrund dieser geilen lösung wird viel geld da reinfließen siehe amazon ich meine es gab genug andere warenhäuser da draußen die auch produkte verkaufen am ende war amazon in gewissen sachen besser am ende haben sich immer mehr leute dafür interessiert die vorteile für sich selbst zu nutzen selbst gegner des ganzen haben irgendwann einsehen müssen dass sie eben meinetwegen durch das prime dass man eben einmalig nur eine gewisse pauschale zahlt aber jede menge versandkosten sparen kann aus jahr gesehen irgendwie trotzdem bei amazon kunde wurde und plötzlich hat sich dieses amerikanische unternehmen obwohl es bereits gute lösungen gab als noch bessere lösungen etabliert und ist da wo sie heute sind und so funktionieren märkte nun mal am ende ist immer entscheidend wer die besten lösungen bringt und vor allem die zeitgemäßesten lösungen parat hat bitcoin hier einfach die stärke braucht oder und also das ist glaube ich einfach ein essentieller punkt über die zeit zu sprechen hier das ist absolut lächerlich also bernie madoff eines der größten schneeballsysteme hat das ganze für fast 20 jahre im laufen gehabt am gold haben wir schon besprochen gold hat einen wirklich unglaublich starken nutzen die leute vergessen das nur so ein bisschen weil sie halt irgendwie den nutzen von wirklichen rohstoffen sehen und der natürlich noch mal stärker ist und vielleicht das thema fiat fiat ist tatsächlich ein schneeballsystem aber der knackpunkt ist da steht die ganze regierung dahinter und gerade bei dem us dollar status ist es halt wahrscheinlich der hauptgrund warum die usa in den letzten 20 jahren so viele kriege geführt hat da gebe ich 100 prozentig recht fiat ist definitiv ein schneeballsystem und da stecken nun mal die staaten und die ganzen einzelnen regierungen dahinter und sind teilweise auch gezwungen dahinter zu stehen weil es eben eine unglaubliche abhängigkeit voneinander gibt und das oben mit der zeit das kennen wir hier natürlich noch aus jüngerer vergangenheit mit wirecard ich weiß gar nicht wie lange die aktiver aber die war glaube ich auch um die zehn jahre aktiv und erst danach ist das kartenhaus zusammengebrochen also als lächerlich würde ich jetzt gar keinen kritikpunkt hier sehen außer vielleicht die die beleidigend sind da gebe ich ihm recht aber stimmt schon mal kann jetzt nicht sagen das ist kein scam weil schon so und so viele jahre da ist wobei es natürlich immer unwahrscheinlicher wird dass etwas kollabiert je länger es sich am markt etabliert also ich verstehe den punkt schon irgendwo aber auch da bin ich bei julian also ich habe mal ein bisschen geskippt und jetzt geht es vor allem darum wie man das ganze lösen kann dieses problem und das fasse ich einfach mal kurz für euch zusammen im prinzip ist es so dass er hier darüber spricht dass man eben mehr anwendungen braucht ja das kann verschiedene anwendungen sein das können sidechains sein bei bitcoin zum beispiel auch das lightning network kann ein game changer werden oder auch das taproot update wodurch jetzt eben ordinals möglich sind wo man also in diesem dezentralen sicheren netzwerk auch daten miteinander austauschen kann in gewisser form und nicht nur geldbeträge von a nach b senden kann dass also das netzwerk was ja die stärke von bitcoin ist dieses dezentrale sichere demokratische netzwerk dass es eben auch für dinge genutzt wird die dann auch wirklich lösungen bringen für meinetwegen unternehmen und nicht nur zahlungslösung sondern auch informations austauschen all das und das ist dann auch glaube ich das wie bitcoin sich entwickeln wird denn so hat bitcoin sich die letzte zeit immer weiterentwickelt er wurde immer vielseitiger der einzige grund warum bitcoin sich nicht so schnell entwickelt wie andere ist dass bitcoin enorm wert auf demokratie dezentralität und sicherheit legt und man muss verstehen dass mit jedem dieser updates meistens immer auch ein stück an sicherheit verloren geht das heißt man muss immer einen guten kompromiss finden wo es trotzdem sicher und zumutbar bleibt und gleichzeitig eben auch fortschrittlicher wird bitcoin ist halt ein bisschen langsamer aber dafür nur mal das sicherste netzwerk auf blockchain ebene da draußen und bevor wir uns gleich meine letzten worte anhören hören wir uns vielleicht nochmal seine letzten worte an ich skippe mal vor und wir gehen mal auf seine letzten worte ist und bleibt ein schneeballsystem sondern ich glaube dass wir uns schritt für schritt für schritt über die letzten zehn jahre schon immer weiter und besser bewegt haben sonst hätte ich nie in bitcoin investiert aber ich glaube immer noch nicht dass wir irgendwie komplett sicher davon weggekommen sind da wird es noch einiges an bewegung brauchen es braucht noch einiges an guten unternehmern es braucht richtig guten leuten die nicht einfach nur zahlungsanbieter machen oder oder irgendwie an lightning rumbasteln oder so sondern die ja wirklich nutzen reinbringen und der nutzen muss immer sein was kann ich mit diesem coin und coin ist eigentlich nichts anderes als zahlen oder also was kann ich mit diesen zahlen machen ich habe keinen preis dafür das gibt keinen preis und irgendwas muss ich mit diesen zahlen machen ich muss mit diesen zahlen irgendwas neues machen können und von dem her auch wenn Sachen Dinge teilweise zentralisiert sind also das ganze rapping zum beispiel rap bitcoin für ethereum und so weiter ich finde das ist ein unglaublich guter zusätzlicher nutzen das hilft unglaublich und eines der argumente das ich halt zum beispiel auch gesehen habe ist wenn die Leute dann sagen ja aber das beste bei bitcoin ist ja dass die Leute ihre coins verlieren und dann sozusagen uns dann daran bereichern und das ist ja genau mein argument oder also das ist eigentlich so das schneeballsystem artigste was man irgendwie sagen kann oder wenn Leute zum beispiel sagen nie verkaufen einfach nur hodeln das gibt es bei nichts anderem oder bei nichts anderem würdest du nie verkaufen bei nichts bei allen anderen sachen die verwendest du oder da machst du irgendwas wenn du nichts verwenden kannst damit ist halt sehr sehr schwierig und es ist nichts auf der welt in bitcoin gepreist es gibt keinen preis sondern das ist alles immer ein tausch in dem moment und hängt halt von dem preis ab und das ist dadurch komplette spekulation also für mich so dieser von den vier nutzen den ich halt so ein bisschen sehe oder also der zahlungsmittel das ist für mich vernachlässigbar dann das ganze thema rund um digitales gold dieser 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 schutz sozusagen als absicherung das äh ja das ist mit für mich mit dem bitcoin ETF wird das eher sogar ein bisschen weniger wenn ich ganz ehrlich bin äh für mich ist halt dieser wichtigste nutzen auf bitcoin drauf bauen sidechains drivechains oder das ist glaube ich so ein punkt sachen wie stacks defi chain die alle dort anknüpfen versuchen das zu verbessern rap bitcoin da sehe ich einfach mega mega push hier und dann kann ich mir auch vorstellen dass da ganz 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 viel passiert ich bin gespannt zum beispiel layer 2 für bitcoin das sind auch so sachen das sind sachen die wir bei die vertreten zum beispiel auch mal genau angeschaut haben leer 2 in ethereum rein in bitcoin rein gab es solche sachen okay zum schluss spricht er noch mal ziemlich viel über sein defi chain ist natürlich auch das womit er sich tagtäglich beschäftigt aber ihr könnt euch gerne mal den schluss des videos anschauen jetzt werden aber meine letzten worte dazu ist bitcoin ein schneeballsystem meiner meinung nach nein also auch wenn julian hier gute argumente bringt und auch wenn er das ziemlich sachlich erörtert und gute vergleiche bringt sich bitcoin nicht als schneeballsystem ich sehe allerdings dass bitcoin einige der punkte die ein schneeballsystem wenn wir die mal nebeneinander schreiben würden aufweist dass die definitiv vorhanden sind insbesondere die tatsache dass man zum heutigen stand mit bitcoin relativ wenig anfangen kann außer dass man sie halten kann und darauf spekuliert und hofft darauf dass man günstiger einkauft als man sie irgendwann verkaufen kann und ich glaube da muss jeder zuschauer von euch mir recht geben oder beipflichten es ist einfach so dass jeder von uns der bitcoin besitzt darauf hofft dass die mehr wert sind als vorher weil ansonsten haben wir offen gesagt nicht viele möglichkeiten was wir damit anfangen können wir können damit eigentlich nichts in unserer realwelt machen außer zu hoffen dass wir irgendwann damit mehr geld verdienen als wir ausgegeben haben was ist aber meiner meinung nach definitiv entkoppelt von diesen ganzen schneeballsystem vergleichen ist zum einen die tatsache dass satoshi nakamoto das ganze nicht vorsätzlich in irgendeiner absicht sich daran zu bereichern kreiert hat sondern dass das ganze auf diplomatischer demokratischer ebene und gedankengang basiert und dass das netzwerk eigentlich gerade zu beginn komplett dafür gedacht war ein system zu sein das demokratisch steht zentral und ohne das eingreifen und korrumpieren anderer parteien funktionieren kann das wie es heute stand 2023 dasteht ist definitiv ein anderes system als die ursprüngliche vision von satoshi denke ich mal denn ursprünglich ist bitcoin ja ein zahlsystem ein peer-to-peer network das zahlung von a nach b sendet ohne eine bank oder irgendwas dazwischen zu haben dass wir aktiv mit bitcoin zahlen ist einfach bis auf ein paar exotische ausnahmen einfach kein fakt niemand nutzt bitcoin im tagtäglichen leben um damit seine lebensmittel oder sonstige dinge zu bezahlen man kann mit bitcoin auch nicht heizen man kann bitcoin auch nicht für sein auto verwenden oder bitcoin essen oder sonst was damit tun man kann momentan einfach wirklich nichts mit bitcoin machen außer sie zu hordeln und darauf zu hoffen dass sie irgendwann mehr wert sind als vorher man muss aber sagen dass dieses system sich immer weiterentwickelt und ich glaube taproot war eine der wichtigsten errungenschaften der letzten jahre und ich glaube dass gerade das thema ordinal zu und dass der information austausch unabhängig vom zahlungssystem und sei es auch nur dass man sich bildchen und gifs von a nach b schicken kann dass das definitiv schon mal die richtige richtung ist und ich glaube zwar niemals dass bitcoin jemals zum proof of stake wechseln würde weil es bitcoin sicherstes gut und zwar das thema dezentralisierung und sicherheit auf den kopf stellen würde aber wer weiß vielleicht gibt es hier irgendwann auch mal weitere möglichkeiten mit bitcoin in irgendeiner form zum beispiel seine bestände aufzubauen oder sonstiges das gilt alles abzuwarten ansonsten muss ich sagen war das doch ein sehr interessantes video und auch wenn viele viele leute das ganze hier sehr kritisch sehen und ihn so ein bisschen sticheln und so weiter oder hier du bist ein geiler kontrerindikator julian und so weiter da muss ich sagen das verstehe ich jetzt nicht so hundertprozentig ich finde er hat das schon sachlich erörtert klar er polarisiert wie ich schon mehrere male gesagt habe aber alles in allem war das doch ganz sachlich argumentiert und man kann ja auch so wie ich euch jetzt gerade sage anderer meinung sein ohne gleich jemanden als clown zu betiteln oder irgendwie zu beleidigen ihr könnt mir jetzt mal schreiben wie ihr das ganze seht seht ihr es ähnlich wie julian sagt ihr bitcoin ist ein schneeballsystem oder seht ihr es ähnlich wie ich und auch viele andere dass bitcoin zwar einige der punkte erfüllt die das ganze schon so aussehen lassen unterm strich aber nichts mit einem schneeballsystem als solches zu tun haben ich habe euch meine begründung dazu gesagt bin gespannt was ihr jetzt dazu schreibt wünsche euch jetzt einen wundervollen tag vielen dank für eure aufmerksamkeit haut in die tasten bleibt mir gesund bis bald ciao bis bald